So, Lissi, bist du bereit? Wollen wir weiter? Wir wollen weiter. Ach, guck mal. Ich finde Comstock und schon weiß ich wieder nicht, wie das hier funktioniert. So, F. Nee, die möchte ich gar nicht haben. Ich möchte Comstock suchen und ich möchte das Spiel jetzt auch am liebsten schon... Und ich achte schon wieder nicht darauf, was ich hier aufsammle. Ich möchte das jetzt eigentlich gerne in einen Rutsch durchspielen. Hey, und ich kriege Munition. Ah, endlich. Das tut gut. Ah, schön. Ist ja wie Weihnachten hier. Oh. Da, die Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. Zusammen. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flughaar. Und hier haben wir wieder das Windows-Farbschema beibehalten. Weiter geht's. Geh an Bord von Comstocks Flaggschiff. Lockpick. Was haben wir denn hier noch Schönes? So, dann schau ich mal. Dann schau ich mal. Warte mal, ich suche hier gerade was. Genau, das suche ich. Magazinvergrößerung. Ähm, ich hab genug Geld. Ich hab fleißig gesammelt. Weniger Rückstoß. Das nehmen wir doch auch mal direkt. Hm. Nein. Nein, 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 nein. Eigentlich könnte man ja jetzt so ein paar Sachen, aber ich kaufe jetzt mal nur für die Waffen, die ich auch wirklich bei habe. So, den haben wir dabei. Hm. Auch gut. Habe ich noch Geld? Also, ich habe im Moment mehr als genug noch. Dankeschön. Kann man ja immer gebrauchen. So, Lissi, deine Aufgabe. Ich bräuchte hier Hilfe. Eine Sekunde. Fertig. Oh, was fliegt denn da? Ei, 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 ei. Aber das mit New York, das hat mich ja wirklich geschockt. Als ich es das erste Mal durchgespielt habe. Ich konnte einfach nicht glauben, dass sie das war. Was ist das? Da, in Deckung! Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Sondern? Zieh dich um, Elisabeth. All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Oh, nein. Moment, Beherrschung. Und... Nicht getroffen. Da, komm, dann lauf mal bitte dahin. Oh, Mann. Lass mich doch bitte erst mal wieder reinkommen. Okay, keine Panik. Okay, nee, warte mal. Bei dir lohnt sich das nicht, aber mach du mal. Danke. Oh, ich war hier wirklich wieder aus aufs Seite. Zuerst er. Komm. Der ist aber... Der ist aber eh fast King. Aber egal. Hey! Verdammt! Ah! Und? Auf den Kopf, auf den Kopf. Ja! Verdammt! Warte! Lissi! Ich dachte, das Mikro bei mir immer so im Weg sein muss. Ich lebe noch... Oh, Lissi, ich brauche eigentlich Gesundheit. So, der ist weg. Was geht das nicht? Danke! Aber achte mal mit ein bisschen auf meine Gesundheit. Oh, ein Hörter. Ah, Dosebohnen. Und los! Schade, dass ich das nicht zweimal anwenden kann. Hier, du, 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 du. Nein, verdammt! Keine Salze mehr! Ah! Aber eine wunderschöne Errungenschaft. Ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Salze! Ich brauche Salze! Nicht sie! Salz! Nein? Okay. Danke! Super! Super! Warte, wo bist du? Wo bist du? So! Kämpfe mich! Sorry, mehr habe ich nicht. Das ist okay. Ich glaube, wir schaffen das. Oh, Entschuldigung. Geilze! So, da hinten noch, oder was? Da hinten. Bin schon am Suchen. Und da hinten auch noch auf dem Luftschiff. Na, super. Danke. Wird mir die Beherrschung aber nicht viel bringen. Moment. Und! Nur ein? Da hinten, da hinten. Die habe ich auch gekriegt. Und, hopp! Ah, super! Dankeschön! So! Hätten wir das erledigt. So, Lisi, ich muss einmal kurz gucken, was hier so los ist. Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. Warte. Oh, das ist, äh... Oh, das ist, äh... Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Haben wir hier vielleicht irgendwo wieder die Lotes-Zwillinge stehen? Das wäre jetzt witzig. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Netzplay hatte. Wenn man nämlich einmal durch so ein Teil hier schaut. Aber da, ähm... Bei dem Part, bei dem es noch relativ friedlich ist am Anfang. Äh, da sieht man dann die Lotes-Zwillinge. Diese Schild sind zur Hälfte, um Hälfte zu befehlen. Super! Ich erwarte entsprechende Befehle. Warte, kriegst du sofort? Ach, da war noch was. Nee, das möchte ich nicht. Verstanden. Lose auf die Hälfte, sofort. Na dann. Alles in Ordnung? Sie ist ziemlich angespannt. Ich hab keine Angst vor dir. Huch! Da! Na komm! Komm näher! Komm näher! Komm näher! Noch nicht nah genug. Na komm! Hüpft! Nummer eins! Nicht mit mir! So, hätten wir das auch erledigt? Danke! Woher? Da oben? Ah! Haben wir noch einen davon? Da oben. Oh, links! Entschuldigung. Da. Oh nein, mit der Munition sieht es auch wieder nicht so dolle aus. Tschüss! Tschüss! So, die müssen ja jetzt gleich fallen eigentlich, oder? Na? Ja komm, fall! Fall! Verdammt! Kommt ihr auch hier hin? Achtung! Da sind noch mehr! Da! Hüp! 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 Oh, dankeschön! Von so weit weg? Hey! Oh! Hopp! Hopp! Wunderbar diese Fähigkeit! Wunderbar! Ach, den hab ich schon! Hopp! Geh weg! Stirb du doch! Wo seid ihr? Oh, Salze! Wunderbar! Und wieder bin ich blind... Was? Du machst... Weg! Oh, verdammt! Ich brauch auf jeden Fall Munition für die Waffe! Und? Ach, guck mal! Da geht er hin! Oh! Danke! Hey! Wo kommt ihr denn hier? Huh! Das geht ja schon ab hier gerade. Hey, warte mal. Hey! Weg! Weg, 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 weg! Weg! Da ist er! Wir müssen unterhalb lanzen und uns hochkämpfen! Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris! Setz mich ab, wenn du willst! Das ist nicht dein Problem, Booker! Ich lass dich nicht im Stich! Nein, nicht wahr? Gut! Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Ich brauche noch keine Gesundheit, aber ich brauche Milizieren. Ja, das ist super. Das brauche ich. Vier mal Dank. Hey, warte, ich muss hier noch ein bisschen einkaufen. Da vorne? Ne, da vorne kann ich einkaufen. Ich weiß, aber jetzt gerade... Hey, woher? Ach, da, guck mal. Na, wo ist V? Da war V. Das ist wirklich blöd. Sag mal. Das ist wirklich hier richtig blöd geliebt. Die Seite brauche ich gerade nicht. Da hinten. Ah! Nein, Lissi! Wo lag die... Wo lag die Gesundheit? Okay. Danke. Sag ich doch. Ah! Dafür verschwende ich doch gerne Munition. Was hatten wir hier? Oh, ein Eis. Arigato. Ah, Mann. Ich weiß gar nicht, woher. So viele... Wo bist du? Ich bin gerade ein kleines bisschen konzertiert. Aber auch nur ein bisschen. Was ist denn hier der zweite da hinten, ne? Oh, oh. Ich sollte mal... Hup! Jetzt stoppt es aber, ne? Ja. Schön, 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 schön. Hier brauche ich nichts. Hier brauche ich nichts. Ja, das blutet. Ja, komm, alles in Ordnung. Krieg dich ein. Oh, oh, da vorne. Und ich danke dir wieder. Ich werde dich umlegen. Ah, wie viele sind denn hier noch? Ach, da. Guck mal. Wo? Ich halte ja, aber wo bist du? Ey, durch. Hm. Ja, ich sag doch gar nichts. Ach, da vorne sind Salze. Super. Eieiei, das sieht nicht gut aus da draußen. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Oberdeck. Und dann einmal nach oben. Jetzt weiß ich gerade nur nicht genau wie. Ich, äh... Guck mal, ich bin ja runtergesprungen. Mach die Skyline in der Hangarbucht frei. Oh, du sagst, du sagst zu kurz Zeit irgendwie durchsichtig aus. Wo? Hier. Oder? Ach, ja. Ach, ja. Ich muss nochmal hier hin. Guck mal, hier ist ja noch so eine Treppe. Und da gehen wir dann mal hin. Oh, hier war ich auch noch nicht. Das sieht ja nicht so komfortabel aus hier. Trevor... Lerin, äh... Wollen wir hier noch was stehen? Vielleicht so? Kann ich nicht lesen. Okay, Lissy, Salze. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Oh, was haben wir denn hier? So, Beherrschung billiger. Beherrschung billiger? Oder soll ich den Bock in den Bronco nehmen? Den wir hier irgendwie gar nicht haben. Den kann man, ich nehme mal Beherrschung billiger. Passt ganz gut. Ach, guck mal. Eier fliegt aus der Hand. Zweifelskuss von die Entschuldige und Unschuldige gleicher Hand. Von hier geht's nicht hoch. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines-Ankommens doch ran. Ach, soll ich Skyline da frei machen, oder? Ich bin gerade, ähm... Ich wollte ja gerne nach oben, aber... Kann ich das nur von hier aus? Ich bin ja jetzt gerade ein wenig verwirrt. Wohin soll ich denn? Wohin soll ich denn? Bukka, diese Skylines führen hoch zum nächsten Deck. Wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen. So räumen wir sie frei. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Nein, das tut sie nicht. Die Skyline ist frei, Bukka. Okay, dann sollte ich doch mal durch den Knopf führen. Auf einer Seite unseres Lams steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gottesschwesterlichen Vox Populi. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig ein zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Was haben wir denn da vorne? Hey, 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 hey! Moment! Ich schaue mich nach oben! Ah! Danke! Das ist so nervig! Komm, erst du! Wie liegt das da oben? So, dann mal direkt ins Geschehen. Ja, das mache ich sofort! Aber ganz kurz... Oh, danke schön. Warte sofort. Kommstark ist zwei Decks höher. In der Kabine des Propheten. Gut. Aber, ich möchte noch einmal hier ein bisschen schauen. Guck mal, da vorne haben wir Medizin-Kids. Lohnt sich doch wirklich immer. Was haben wir denn hier? Hm. Ich weiß, ich weiß. Es ist aber jemand ziemlich ungeduldig. Kann ich ja verstehen. Ich weiß, ich weiß, wir müssen abwarten. Verdammt! Mist, ich dachte... Ich dachte, das funktioniert vielleicht von hier aus. Kommen die jetzt hier hin, oder was? Los! Hilf mir! Ja, die kommen hier hin. Ist die weg? Weg! 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 Oh, super, danke schön. Nein! Nein! Ich muss mal kurz hier irgendwo hin. Sorry, mehr habe ich nicht. Oh! Ja, das waren jetzt... Ja. Was würdest du... Ich will mich ja wirklich... Ich will mich ja wirklich umgucken. Ich will hier nichts verpassen. Oh nein! Nein! Oh, verdammt. Okay, sie sind frei. Wir können hoch, wir können hoch. Komm, einmal kurz. Ich will die Beherrschung aufnehmen. Beherrschung? So. Dann arbeite du mal für mich. Komm, Lissi, lauf, 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 lauf. Wir kümmern uns jetzt gar nicht um die. Es mag sein, dass ich sie besiege, DeWitt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Woher willst du wissen, dass... Oh Gott. Ei, 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 ei. Nein, nein. Ah, verdammt. Zurück, zurück. Komm, wo war die Treppe? Da. Lissi schafft das schon. Wir sind sowieso meist schneller da als Lissi. Da ist sie. Los, beeil dich, beeil dich. Lauf, lauf, lauf. Hey. Was ist hier? Da ist sie. So. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen feige gewesen. Ein Deck noch. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Aber da kommen wir jetzt sowieso nicht noch einmal hin. Es ist so ruhig hier. Es ist ein wenig zu ruhig hier. Schau mich nur ein bisschen um. Und genau das wollen wir ja nicht. Ich meine, ruhig heißt ja nicht unbedingt schlecht. Aber das sieht auf jeden Fall verdächtig aus. Ja, Lissi, ich glaube jetzt erwartet uns noch irgendwas. Ja, komm, das kriegen wir schon mal hin. Ja. Dann, dann, dann. Ja. Dann, dann. Dann, dann. Okay. Dann. Dann, dann. Vielen Dank.